Der Weißbauchseeadler ist ein im indomalaischen und australasiatischen Raum weit verbreiteter Greifvogel aus der Familie der Habichtartigen. Mit bis zu 85 cm Körperlänge erreicht er fast die Größe des Seeadlers, ist aber insgesamt schlanker und im Mittel bedeutend leichter als dieser. Trotz des weiten Verbreitungsgebietes werden keine Sipspichis unterschieden. Der Salomonenseeadler ist eine Schwesternspichis des Weißbauchseeadlers. Aussehen Im Edaltkleid ist der Weißbauchseeadler unverwechselbar. Kopf, Hals, der Vorderrücken sowie die gesamte Unterseite des Vogels sind rein weiß. Ebenso gefärbt sind die Gefiederpartien an den Unterschenkeln sowie die oberen Deckfedern am Schwanzansatz. Die Oberseite des sitzenden Vogels ist bis auf die beschriebenen Bereiche schiefergrau, alle Schwungfedern sind schwarz. Der Schnabel des erwachsenen Weißbauchseeadlers ist an der Schnabelspitze schwarz und wird zum Schnabelansatz heller. Der Fuß ist nicht befiedert und blassgrau gefärbt, die Kralen sind schwarz. Im Flug wirkt ein voll ausgefärbter Weißbauchseeadler bis auf die schwarzen Schwungfedern, die scharf mit dem übrigen Weiß der Flügel, kontrastieren. Weiß auch der keilförmige Schwanz ist bis auf zwei schwarze seitliche Abzeichen im oberen Schwanz Drittelweiß. Sowohl Juvenil- als auch Subadult-Gefieder unterscheiden sich vom Edaltkleid wesentlich. Die rein weißen Gefiederteile des adulten Vogels sind bei Juvenilen und Subadultenindividuen blassrötlich-braun und weisen eine deutliche dunkle Längsstrischelung auf, die von Jahr zu Jahr mehr ins Weiße wechselt. Ab dem dritten Lebensjahr wird die Weißfarbung des Schwanzes vorherrschend. Auch die Kopf- und Nackenpartie ist ab diesem Lebensjahr vornehmlich cremeweiß. Die Oberseite der Jungvögel ist dunkelbraun und nimmt ab dem dritten Lebensjahr die schiefergraue Färbung der erwachsenen Weißbauchseeadler an. Im Flug wirken Jungvögel cremefarben ohne starke Farbkontraste. Der 20 bis 26 cm lange Schwanz endet in einem dunklen Subterminalbend. Frühstens mit 5 Jahren zeigen Weißbauchseeadler das Edaltgefieder. In der Gefiederfarbung unterscheiden sich die Geschlechter nicht, wohl aber in der Größe und im Gewicht. Die Weibchen werden etwa 20% größer und schwerer als die Männchen. Sehr große Weibchen erreichen eine Spannweite von fast 220 cm bei einem Gewicht von annähernd 4 kg. Stimme Die Rufe des Weißbauchseeadlers sind vor allem in der Balzzeit am frühen Morgen und in der Abenddämmerung zu hören. Gelegentlich auch in hellen Nächten, sie erinnern etwas an Gänserufe bzw. an nasale Entenrufe. Häufig singen Weißbauchseeadler mit erhobenen Köpfen im Duett. Der Alarmruf ist ein raues, eher misstönendes Krächzen. Verbreitung und Lebensraum Der Weißbauchseeadler ist in den Küstengebieten des indomalayischen und australasiatischen Raumes verbreitet. Wo er außer auf dem Festland auf den meisten Inseln dieses Gebietes vorkommt, stellenweise ist er in seinem Verbreitungsgebiet nicht selten. Neuerdings werden Bestandsrückgänge aus Thailand und anderen Gebieten Südostasiens gemeldet. Er besiedelt vor allem Küstengebiete und das küstennahe Hinterland. Die größten Bestandsdichten werden in Mangrovenwäldern an gezeiten beeinflussten Flussmündungen beobachtet. Gelegentlich bewohnt er auch Lebensräume entlang großer Ströme sowie die Ufer von Seen. Seine Hauptverbreitung liegt vertikal hauptsächlich auf Meeresniveau, doch wurden lokal auch vorkommen bis 1500 Meter. Auf Sulawesi sogar aus einer Höhe von 1700 Metern gemeldet. Grobe Bestandsschätzungen bewegen sich zwischen 10.000 und 100.000 Brutpaaren. Sein Gesamtbestand gilt zurzeit nicht als gefährdet. Langfristig können aber, wie lokale Bestandsabnahme nahelegen, die üblichen Gefährdungsursachen, wie Störungen am Brutplatz, direkte Verfolgung, Lebensraumzerstörung sowie Pestizideintrag auch für diese Art gefährlich werden. Nahrung und Nahrungserwerb Die Nahrungspalette des Weißbauchseeadlers ist sehr breit, sie besteht vor allem, aber keineswegs ausschließlich aus im und am Wasser lebenden Wirbeltieren, wie Fischen, Reptilien, Vögeln und Säugetieren. Er verschmäht auch As der verschiedensten Art, Fischabfälle sowie Abfälle auf Müll deponieren nicht. Unter den Reptilien überwiegen Seeschlangen und kleine Schildkröten. War Vögel, Sturmtaucher, Seeschweiben und Jungereier, Enten, Gänse sowie Kormorane machen die Hauptbeute unter den Vögeln aus. An Säugetieren erbeutet er hauptsächlich verschiedene Beutelsäuger und Nagetiere. Die Jagdmethoden des Weißbauchseeadlers sind vielfältig und schließen sowohl Ansitzjagd als auch langsame Flugjagd in unterschiedlicher Höhe entlang der Küstenlinie oder Kreisen über den Nahrungsgründen ein. Oft jagt ein paar gemeinschaftlich. Die Beute wird meist mit einem Fuß ergriffen. Kleine Beutetiere werden im Flug verzehrt, größere zu einem bevorzugten Ansitz getragen. Der Weißbauchseeadler jagt auch anderen Greif- und Seevögeln ihre Beute ab. Gelegentlich streift er im Fluge ruhende Fledermäuse von ihren Schlafplätzen oder fliegt in einen Wasservogelschwarm, um ein geeignetes Opfer zu separieren, Verhalten und Brut. Weißbauchseeadler führen eine lebenslang andauernde Partnerschaft. Der Neststandort wird auch außerhalb der Brutzeit als Revierzentrum genutzt. Während der Balzzeit zeigen Weißbauchseeadler von lauten Rohfolgen begleitete Schauflüge mit eindrucksvollen Flugmanövern. Unter anderem mit gegenseitigem Verkallen und Abtrudeln. Relativ häufig können Ansammlungen von Weißbauchseeadlern an günstigen Nahrungsplätzen beobachtet werden. Jungvögel scheinen in lockeren Junggesellengruppen umherzuziehen. Entsprechend dem großen Verbreitungsgebiete können brütende Weißbauchseeadler regional während des ganzen Jahres angetroffen werden. Das Nest ist ein voluminöser Bau aus Esten und Zweigen, das Maße bis zu eineinhalb Metern im Durchmesser und drei Metern in der Höhe erreichen kann. Es wird von beiden Partnern errichtet und über mehrere Jahre verwendet. Die Neststandorte sind sehr unterschiedlich. Nester können in sehr hohen Bäumen, auf Plattformen im Meer, auf Klippen und Felsen, aber auch in niedrigen Büschen und sogar auf dem Boden errichtet werden. Das Gelege besteht meistens aus zwei, seltener aus einem oder aus drei Eiern. Die Jungen schlüpfen nach einer Brutzeit von 35 bis 42 Tagen, die Nestlingszeit beträgt etwa 70 Tage. Es wurde Fratrizit beobachtet, ob es sich dabei um Obligaten-Kainismus handelt, ist nicht bekannt. Auch nach dem Flügewerden verbleiben die Jungvögel noch bis zu einem halben Jahr im Elternverband, bis sie vertrieben werden. Wanderungen Adulte Weißbauchseeadler sind Jahresvögel, unternehmen aber sehr weite Nahrungsflüge. Bei Nahrungsknappheit, zum Beispiel in Folge von Dürre, führen insbesondere Binnenlandpopulationen ein nomadisches Leben. Jungvögel desmigrieren gelegentlich über weite Distanzen. Ein Jungvogel aus Südaustralien wurde 3000 Kilometer entfernt auf Fraser Island wiedergefunden.